Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Tales of Biseria. Jetzt schauen wir uns mal den Tempel genauer an. Jedes Mal, ich leck mich am Arsch. Es tut mir leid, Freunde. Freunde, Leute von heute. So. Ähm, ne, jedenfalls. Oh, so. Jedenfalls. Schauen wir uns den Tempel jetzt mal genauer an. Ihr wisst es. Erstmal drumherum alles abklappern. Okay, viel mehr gibt es da nicht. Okay, da sind viele Bewusstlosis. Weil Tote gibt es ja nicht, nur Bewusstlose. Happy Birthday to you. Haben die auch Sachen? Nein, die haben kein Geld, kein Geld, gar nichts. Wow, look outside. It's the ocean. This was a place of worship for Aminoch, the water-imperion. The ancients built this sanctuary under water for the same reason that you may see as Temples were built underground. But building this underwater couldn't have been easy. Stimmt. You can't split the sea like you can a log. They started by stacking giant stone blocks in the shallows, creating an enclosed space. Then they drained the water and expanded the enclosure. Once they had done that enough times and secured enough dry space, they were able to dig into the sea. Wahnsinn. They learned that by going through such great hardships to build these Temples, they could show the depth of their devotion. Additionally, current research suggests the site of this Temple once sat on the sea coast. What? Are you saying I'm wrong? No, I'm only reporting what I've read in academic journals. How would coastal ruins sink into the ocean? When the Empyreans began their slumber, the land shifted. And this Temple was swallowed by the sea. Scholars were able to prove that the sand and the heavy stones formed an airtight seal around the structure. Later, people carved an undersea tunnel to connect to the temple, bringing it to its current state. Now that you mention it, I think I read that book too. Revised theories on ancient architecture, right? That's the one. Have you read it, Isaac? Dicker, ich weiß nicht mal, was ich gestern gegessen habe. Und der kennt noch Bücher von 100 Millionen Jahren. The innermost stones have to be carried out. Once that was pointed out as being too inefficient, alternate theories were developed. The revised edition has a number of competing theories. I highly recommend reading it. I will then. So, wait, was that a complete bundle of Aizen's explanation? That was not my intention. Nah, it's okay. Archaeology is a continuous process of asking new questions and making new discoveries. Prevailing theories change all the time. What's it matter anyway? Let's just get going. Ja, man, ey. Oh, komm. Come on. Wenn du dich überrascht bist, warum nicht die Körn der Körn? Der Kopf ist kein Empyrein. Der Kopf ist die Zentrale Empyrein. Aber es kommt immer auf die Kopf! Wie gesagt, diese Tempel sind nichts mehr als Pläne von Wurzeln gebaut von Menschen. Die heutige Religion hat angefangen, als Menschen, die Angst vor der Natur, begannen zu Wurzeln, die vier Gäste nennen sie die Empyrein. Wenn du dich überrascht, ob sie in diesen Ruinen ist, aber auch Legenden haben hier einen Ursprung. Also, was heißt das? Obacht, Freunde, Obacht! In welches unterirdische Ghetto wir uns hier bewegen. Ach, guck mal hier! Shut up and dance dance! Shut up and dance dance! Shut up and dance! So! Alle drei auf einmal! Jetzt haben wir den Beweis! Wenn die weg sind, wenn wir gewonnen haben und die alle weg sind, dann wissen wir tatsächlich, dass das funktioniert! So! Ist jetzt einfach so! Ich hab's schon vorher! Ist mir aber egal! Was haust du den denn? Das ist meiner! du will! Steh auf! Oh! Da! 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 ich puste den einfach so weg das ist ein ganzer hohen das waren schon naja naja so hundertprozentig nenne ich das jetzt auch ja kaum können ich noch einen überlassen also das hört sich mal wie ein geballer und in akad ruf geknallt jetzt hast du sehr gut gemacht hat er kam mir auf dem keich befindet sich ein symbol welches das fließende wasser beherrscht wie der keich mit wasser gefüllt und das symbol färbt sich blau wie das wasser deinen weg wie eine mauer versperren mit der keich mit feuer getrocknet und das symbol färbt sich weiß beruhigen sich die tosen und fluten und geben den weg frei ok also die hier also die hier ach da ist der geld so ist da unten aus den wilden 70 jahren ok paar monsties haben wir hier auch und schlüssel ja ich habe ich kann das einfach angreifen aber nein geht ja gar nicht so einfach sehr schön ja wir sind fertig da ist er eh gesperrt ja komm fürs wissen bei der macht von grayskull oh scheiße jetzt kommen wir hier nicht mehr auf ah interessant klärchen dann lassen wir das noch mal in ruhe loben aber noch mal die andere seite ab weil da kann man bestimmt noch mal irgendwas mit schüsseln war das früher nicht zweimal dreimal jetzt keine ahnung das wäre eine schlechte steigerung vom anfang zu drei zum ende hin nur noch zwei das wäre echt eine harte nummer guck mal hier ja ich stelle einen rekord hast du gar nicht benutzt du hast ein bein benutzt aber ist okay lassen wir es doch mal einfach so war da beim anderen raum auch so ein riss in der wand da freunde müssen wir gleich noch mal nachgucken ich denke mal es werden die beiden oben sein ne habe ich so das gefühl jetzt laufen wir nochmal eben kurz zu dem anderen rüber ganz schnell ja der wird wahrscheinlich dieser seiner mittel sein ist ja irgendwie auch klar oder nee hier ist tatsächlich gar nichts glück gehabt sonst hätte ich mich jetzt im arsch gewissen hätte ich es nicht wenigstens nachgeguckt aber dann können wir uns sicher sein nee 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 alles easy eine aussparung klar ja war ja klar dass es nicht so einfach wird ne dann gehen wir erstmal hier links danach rechts ja hab ich mir gedacht dass es die dinger hier sind mehr ist hier nicht in ordnung dann gucken wir mal hier hier wahrscheinlich noch müssen was anderes sein ja da ist ja das ding oh was habe ich jetzt gemacht wieso auch immer das gerade passiert ist ich bin gespannt was ist das maximum level hier eigentlich ja du siehst mich gar nicht du lutscher aber das ist ein gegner bin ich jetzt von ausgegangen ne ich dachte da wird noch eine falle aktiviert und wir haben jetzt mal 20 dämonen lieber besiegen müssen aber ok doch nicht so kompliziert doch nicht so kompliziert na siehste na siehste dann schauen wir mal bevor wir jetzt diesen mega fight machen ne werden wir jetzt erstmal die ende die ende beenden die folge beenden ja und in der nächsten folge werden wir den kelch freisetzen also das wie ich da platt machen ich bin verwirrt es tut mir leid bis zum nächsten mal euer street one web ciao